hallo leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge von roblox nicht privé und ich werde heute ein neues video machen und warum leckert es immer so leute das video wurde einfach mal und deswegen leute lasst ein like da und dann werden wir drei runden wegspielen also es hat jetzt sehr schwierigkeit mit dem jan die hat heute heute ohne ich möchte auch keinen anderen arbeiten lassen auf den aufnahme weil ich möchte keinen allein ich möchte nur alleine meine videos drehen ich habe echter bis sie bis sie manchmal auch manchmal schuss daran dass ich manchmal welche videos geschlagen sind aber egal das ist einfach mir einfach egal wir müssen aber jetzt noch eine neue runde starten weil es dauert zu lange wir haben erst tausend wir können jetzt bitte reden auf unserem akkont also unseren neues und warum also das ist klar das ist klar dass jetzt heute diese videos die alle zusammengeteilt und geöffnet gestellt wurde und geöffnet wurde das eine video das musikvideo hat schon 174 aufrufe also das kann nicht wahr sein hat noch nie so viel aufrufe das musikvideo ist einfach beliebter geworden also wenn ihr noch mehr von musik videos machen könnte das ist einfach mir selber ich habe das alles selber erstellt also selber alles selber gemacht alles selber gebaut und versucht euch auf tik tok zu folgen dass das ist ja um liegt liegt auf die beschreibung liegt auf die beschreibung also versucht einfach auf tik tok zu schrieben also schreiben versucht farbian unterstrich 456 5 einzugeben das liegt an die beschreibung liegt an die beschreibung auf tik tok auf tik tok ist es verfügbar und versucht einfach mal auf youtube das kennt ihr ja schon versucht den youtube kanal name war also das ist jetzt war sommer nur und facebook also facebook wird jetzt noch nicht verfügt weil facebook wird noch nicht verfügt deswegen wird erst am nächsten part oder übernächsten part wird vielleicht ein facebook name stehen und jetzt steht einfach mal auf tik tok für farben unterstrich 456 5 das ist mein meiner mein tik tok account also tik tok name und wenn ihr das nochmal verfolgt dann fragte noch auf dieses noch versucht noch grobblox also roblox Roblox. Na toll. Roblox. Roblox. Versucht einfach. Versucht einfach. Roblox. Versucht den Roblox. Wie zu. Toll. Ich habe das falsch geschrieben. Wie zu. Versucht das einzugeben. Versucht das einzugeben. Das hier. Versucht das einzugeben unten. Es liegt an die Beschreibung. Es liegt an die Beschreibung. Und das ist auch dieses Mal. Und da verheigt mir auf TikTok. Und Roblox. Und dann die Gruppe. Die Gruppe war. Die Gruppe ist einfach Team Fabian unterstriebe 6. Mit einer Katze. Also Katzen. Katzenfoto. Und wenn ihr das nochmal sehen könntet. Dass ich ein Katzenfoto oder sowas mache. Dann ist das hübsch. Wenn ihr. Sind jetzt schon 25 Leute schon drin auf diesen. Auf dieser Gruppe. Danke, dass ihr meine Gruppe unterstützt habt. Und dass ihr meine Kruppe besucht habt. Danke dafür. Und für die 5. Für 25. 25. Abonnenten. 25. 52. Abonnenten. Danke dafür, dass ihr so abonniert habt. Aber Leute. Abonniert mich einfach auf den Kanal. Und drückt ihr auf abonnieren. Und dann links auf die Glocke. Wenn ihr das nicht getan habt. Dann seid ihr ein Teil der. Dann seid ihr ihr. Und dann könnt ihr ja zusammen mit mir Roblox spielen. Das wäre so cool. Und ihr könnt ja auch fragen. Weil ich möchte nicht manchmal nicht mit neuen Leuten zusammenarbeiten. Mit dem Roblox. Also Roblox und Videos. Und wenn ihr noch mehr von Horror spielen möchtet. Dann viel Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns dann, wenn die Runde vorbei ist. Weil die Runde dauert übelst länger. Ich verstehe nicht, warum die so lange brauchen. Okay. Oh, die Runde ist schon vorbei. LOL. LOL. Okay. LOL. LOL. Okay. Versucht jetzt. Also okay. LOL. Wir sehen uns dann gleich. Ihr taubes Nüsschen. Und bis gleich. Wir spielen heute. Diese. Flughafen Map. Nicht diese Map. Die Flughafen Map. Leute geht los Leute. Die Map ladet. Die Map ladet. Oha. Die Map ladet jetzt. Und ihr seht. Über Lebanon. Letztes Mal waren wir da. Der. 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 Der ist. Der. Der. Äh. Der ist Bestie. Aber da hat das Video abgebrochen. Das Video wurde. Zerteilt und abgebrochen. Zerteilt und abgebrochen. Zerteilt und abgebrochen. Okay. Der erste Computer wird gestartet. Ab jetzt. Alter. Schau mal dieses Gesicht ey. Es sieht aus, dass ich irgendwie überrascht bin oder. Es sieht aus, dass ich irgendwie. Wie sieht das eigentlich aus. Dass ich denn so anders ausschaue. Guck mal. Das sieht doch cool aus. Ey. Mit der Maske ey. Boah. Voll geil. Alter. Wirklich wahr. Ich. Also konzentriere dich. Konzentriere dich. Hm. Boah. Zweimal. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Jetzt hat es gleich bei dreimal. Angeleitet. Sehr gut. Oder möchtet ihr mal ein anderes Spiel spielen? Ich möchte mal ein anderes Spiel spielen. Aber ich möchte. Ich habe nicht ein einziges Spiel zur Verfügung. Nur das Nichts wie Weg ist einfach so störend. Und deswegen möchte ich mal einmal ohne Nichts wie Weg mal spielen. Aber heute wollen wir mal das vorletzte Mal Nichts wie Weg spielen. Und das Halloween Update ist vorbei. Das Halloween Update ist vorbei. Ihr könnt jetzt nicht mehr Halloween Sachen kaufen. Es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei. Einfach. Es kommt aber bald das Winter Update. Das Winter Update kommt bald. Wo. Bald. Es ist ja bald auch wieder. Ja. Weihnachten. Es ist ja bald nicht Weihnachten. Es ist hier auch bald das Halloween Weihnachten Update. Also das Weihnachten Update kommt auch bald. Also bald. Also bald eigentlich. Kommt nicht in Frage. Und da werde ich mir einfach mal diesen Schneemannhammer zu bekommen. Wenn ich mir einen Schneemannhammer kaufen. Das wäre jetzt einfach geil. Das ist ein bisschen. Oh mein Gott. Wie normal. Was ist das für ein Schmarrn. Okay. Ich werde über dieses WhatsApp. Ich habe WhatsApp. WhatsApp. Ja. WhatsApp kann ich leider meine Nummer nicht schicken. ne. Weil nämlich das ist ein bisschen gefährlich. Also ich habe WhatsApp. Das ist klar. Weil ich WhatsApp hab. Also darf ich nicht. Ähm. Also nicht dieses. Ähm. Ja. Kann ich den dazu nehmen. Aber nicht die Nummer. Von der Kontaktnummer. Darf ich nicht von der WhatsApp. Nicht schicken. Ne. Weil es geht nicht einfach. Weil es tut mir leid. Ich kenne euch leider nicht im YouTube. Ich kenne euch nicht. Das ist bisschen zu gefährlich. Und deswegen. Und deswegen könnt ihr auch Sachen sein. Dass es gefährlich ist. Deswegen möchte ich euch nicht auf dem WhatsApp haben. Das ist bisschen gefährlich. Also das ist so. So ist Kant. Oh. Vlucli 22 wurde gefangen. Ähm. Das Problem ist. Wir können ihn nicht retten. Weil ich habe keinen Bock. Dass ich nicht auch nicht gefangen werde. Oder eingefroren werde. Auf dieses blöde Quifty-Truhe. Deswegen möchte ich gerne nicht einfach so eingefroren werden. Und dann möchte ich jetzt mal den Computer einmal fertig zu kriegen. Wie sieht sie. Boah. Die sieht sexy aus. Oh mein Gott. Alter. Okay. Mach den. Komm mit da. Start bereit. Und der hat einen Fehler gemacht. Super geht er. Super gemacht. Jojojo. Super gemacht. Oh ja. Okay. Angela ist nicht hier. Kein Wunder. Vielleicht hat er Internet Probleme. Oder ist gleich wieder rausgegangen. Okay. Ich habe jetzt ein. Ich habe jetzt ein Problem. Wir haben 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 jetzt ein Problem. Okay. Okay. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ein Mädchen. Ist das ein Mädchenbästchen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. jetzt ich glaube die teamen die türe ist gleich offen Oh mein Gott. Oh yeah. Das passt man. Letzte Runde. Okay, letzte Runde. Oh, okay. Ich nehme jetzt mal deine Anfrage an. Ich nehme deine Anfrage an. Okay, was? Ach so, er ist eingefroren. Ja, das weiß ich. Aber alle sind drauf. Leute, alle sind drauf. Hehehe. Oh mein Gott. Okay, der hat so komischen Mond. Mein neuer Freund. Mein neuer Freund. Mein neuer Freund. Komm, mein neuer Freund. Boah. Mein neuer Freund. Hehehe. Ach, er will es auch kaufen. Mein neuer Freund. Hallo. Hallo. Mein neuer Freund. Nein, nein, nein. Du nimmst diese Map. Was machen die für ein Schmarrn? Die gehen ja außen rum. Die gehen ja außen rum. Ach, bitte nicht ich Bestie werden. Das wäre so lächerlich. Yes. Gut. Letztes Mal Bestie umnetzt. Das ist mein Nicht-Bestie. Och, so glück nicht. Okay, 30 Chancen zur Bestie werden. Aber ich möchte nicht die Bestie werden. Ich möchte aufhören später. Aufhören später. Mach die Tür auf. Bam. Cool, Alter. So. Leute. Das ist jetzt die letzte Runde. Und da muss man leider auffören. Ich weiß nicht, wie viel der Speicherplatz ausreicht. Ist das dein Ernst? Machst du... Machst du... Okay, 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 okay. Er kommt direkt von der anderen Seite. Okay. 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 Das kann doch nicht sein. Lass mich hier raus, Mann. Lass mich hier raus. Oh mein Gott. Shit. 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 Oh mein Gott. Jetzt ist das Ding da weg. Meine Fresse, ich hab das Ding da. Ich hab das Ding da. Scheiße. Ich hab da das Ding da. Oh mein Gott, ey. Sorry, jetzt ist das Ding da angezeigt. Sorry. Das tut mir jetzt echt leid. Müssen wir leider mit dir spielen. Mann. Vor lauter, vor lauter Pause, vor lauter Pause. Ich hätte die Aufnahme nicht abgebrochen. Wär das nicht passiert. Wär das nicht passiert, Mensch. Aufnehmen wir mal das Ort. Mann. Okay, hier ist noch ein Computer. Okay, mach das noch für dich. Wir können das noch schaffen. Wir können das noch schaffen. Die hat noch grad nicht gerettet. Schmarrn, Mann, 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 Mann. Ich werde echt ein bisschen spannen. Perfekt, du Chikos. Okay, hoffentlich stört das nicht eigentlich von hinten bei der Seite nicht, weil... Das wird ein bisschen angezeigt da unten, weil es die ganze Zeit... Ich gewöhne da mich daran, aber das Problem ist bei euch, gefühlt, ich gewöhne dich jetzt nicht daran. Okay, der eine Commuter ist noch nicht fertig. Also, warst fertig. Also, warst fertig. Sehr, sehr. Sehr gut. Ein bisschen schwer. Noch mehr von diesen Punkten abzusagen. Mehr Punkte abzusagen. Okay, hier ist diese komische Blondine oder die Blondine, die da hier ist. Sie muss, sie muss, sie muss, sie muss hier sein. Okay, das ist leider nicht fertig. Das ist leider nicht fertig. Scheiße. Das ist leider nicht fertig. Ja, zum Netzen. Uff. 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 Oh. Uff. Uff. Okay, okay. Das wird echt ein bisschen schwer. Das Mädchen und das Mädchen teamen. Und fertig. Okay, okay. Das könnte unser Finale sein. Das könnte unser Finale sein. No big. No big. What? Tschüssi. Oberkiller. Manu, 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 manu. Das ist okay, Leute. Das war's mit der Folge. Wenn's nicht gefallen hat, dann wünsch dir einen schönen Tag. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Das war's mit der Folge. Das war's mit der Folge. S silicene Tag. Das war's mit derrine Ghost. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. iga agradeere Ganzer. Tschau.